Oh, hey! Ich konnte dein Notizbuch von Marlow klauen. Dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. Was ist denn hier? Hey, da drüben ist noch einer. Vielleicht funktioniert der da drüben. Oh, Schatz. Äh, ja. Was für mich denn da rüber? Das war jetzt wirklich nur für den Schatz. Oh, Schatz. Ach, ich bin hier. Sieht aber schon, wo wir uns noch gerade hier aufhalten. Nein! Och! Alter, du sollst nicht loslassen! Was war denn das jetzt? Oh, wie dumm kann man sein? Ich habe eindeutig gedrückt, ne? Eindeutig X gedrückt. Jetzt kommt der so ein Scheiß. Das ist nochmal hier rüber. Hey! Geh du an den anderen Schalter! Fast geschafft! Bin doch schon. All right? Los! Oder halten statt. Wie komme ich jetzt hier wohl runter? Vor allem, wie er einfach loslässt. Ich wollte da drüber springen. Ich wollte da rüber springen und er lässt einfach los. Und lass mich raten, hier loszulassen, ist jetzt auch keine Option. Dann sag ich ja. Wenn du den wahlst. Das Atlantis der Wüste. Das Atlantis der Wüste. Das Atlantis der Wüste. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Der Wüste. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Nein. Okay. Das gibt's aufs Maul. Die haben Sally getötet. Jetzt gibt's aufs Maul. Kannst du wissen. Den Typen krall ich mir. Aber erstmal krall ich mir dich. Okay. Was war denn das? Was war denn das? Interessant und auch interessant, dass wir hier einfach so von oben herunterfallen. Nice. Okay. Ja. Ja. Das war's. Ja. Das war's. Halt doch einfach noch mehr aus, ey. Halt! Das haben wir... Sind wir denn jetzt bald mal hier durch? Danke. Perfekt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe nicht. 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 Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich da auch noch musste. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich bin tot. Was? Nein. 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 Das war so groß. Das war so groß. Nein. 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 Ich bin tot. Nein. 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 Scheiße, scheiße! Ihr habt ihn getötet. Ich bringe auf, ihr Mörder! Bogenbaron Ben. Na gut, ich hab's mir ja nicht ausgesucht. Eine Google-Mail. Dämonen? Feierdämonen. Los, ein Fall! Los, ein Fall! Wie, der lebt noch! Etengrafo finde ich ziemlich fett. Gute! Ja, gibruppe! Das ist gut! Geh! 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 war ja klar kann ich nicht einfach auch zurück ja natürlich nicht natürlich nicht oder schneller nach junger leck mich leck mich alter was fressen die denn an munition ich glaube sie ja klar net klar Oh, da war was, da war was Geil, wie es sie nicht interessiert, ne? Alter, wo? Das war der nervigste Teil des Spiels, aber ich verstehe warum Kommt an die Schiffsszene ran, vom letzten Dienstag Sully? Sully? Hey Sully! Nein, 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 Sully! Nein, nein, nein Eh? Die Schiffshifte Männer